Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kulturfreunde. Heute möchte ich Ihnen einen wirklich famosen Theaterabend vorstellen, der in wenigen Tagen am Landestheater Neuss seine Premiere vollziehen wird und in der weiten Prärie der Kulturlandschaften seinesgleichen sucht. Es handelt sich um das komödiantische Werk Streichholzschachteltheater von Michael Frane. Ein reger Reigen verschiedener, kurzer und spaßiger Geschichten, ein Angriff auf die Lachmuskeln, ein Werk zum Schmunzeln und Prosten. In Szenik gesetzt wird dieses komödiantische Kleinod von der Regisseurin des Hauses und Intendantin Caroline Stolz. In dieser ersten Eröffnungspremiere ihrer Amtszeit darf also herzlich gelacht werden. Ich habe Ihnen hier etwas mitgebracht, um Ihnen einen kleinen Einblick in das Werk zu gewähren. Wir dürfen also gespannt sein, ob es der Intendantin Caroline Stolz als Regisseurin gelingen wird, wieder einmal eine affentitten geile Inszenierung hinzulegen. Alle wichtigen Informationen hierzu übernehmen Sie nun bitte aus der nun folgenden Texttafel. Hoi Drio Hoi Drio Hier sind Sie sicherlich. Hoi Drio